Tag zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Binding of Isaac. Heute wieder eine normale Runde, äh, Start. Wen nehmen wir denn? Ich nehme jetzt mal Magdalene, komm. Mal gucken, was das bringt. Ich bin in letzter Zeit ziemlich schlecht in Isaac, ich hoffe mal, das ändert sich bald wieder. Wäre auf jeden Fall gut, ey. Muss man langsam wieder was schaffen hier. Komm jetzt her. Was macht die Karte jetzt nochmal? Ich glaube, damit hat man die Chance, noch andere Karten zu finden. Und Twinkets, oder? Ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwie sowas macht die schon. So, wieder ein bisschen vorsichtiger auch vorgehen. Hier so eine Scheiße die ganze Zeit bauen. Bombe. Was ist das denn? Ein... Ah, Speed und Range. Okay. Das brauche ich mit Magdalene auf jeden Fall. Ah, ein Herz. Hoffen wir mal, dass wir Item-Glück heute ein bisschen haben. Wäre auf jeden Fall nice. So, warte mal. Da liegen zwei Bomben. Und hier... Achso, warte mal, guck mal. Kriege ich ja die Bombe gleich wieder. Na, komm, machen wir mal. Loi. Drei Bomben. Jetzt haben wir gerade aus einer Bombe fünf gemacht. So muss das laufen. Warte mal, ich habe ja noch... Die haben hart. Hier ist ab. Hält's ab. Hammer geil. Das lief doch schon mal gut. Jetzt nehmen wir uns noch das halbe Herz von da unten mit. Geil. So, weiter geht's. Larry Jr. Ah, mit nicht so viele Steine geht. Haben wir jetzt mal die Chance, ihn zu treffen ab und zu. Loi. Ich muss mich erst mal auf einen konzentrieren. Oh, Alter. Wow. Ist ja ein Fixer, ne? Nein. Komm schon, stirb jetzt da oben. Ja, der erste ist schon mal weg. Wow. Komm. Was macht der denn da? Komm her. Komm, komm, komm. Ja. Haben wir ihn doch. Karton? Susanne. Tier ist ab. Auge macht ab und zu Vergiftung, glaube ich, ne? Ja. Nice. Gleich mal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, lecker. Sehr schön. Das läuft bis jetzt. Aber das heißt ja leider noch gar nichts. Das heißt ja leider noch gar nicht reinlaufen, Alter. Das ist eine grüne Eiterfliege. Ist schon mal ein Herz. Oh, nein. Jetzt darf ich da nicht reinlaufen, Alter. Oh, fuck, ey. Ich hab schon zweimal aus Dummheit ein halbes Herz verloren. Das ist schon mal gar nicht gut. Na gut. Äh, zieh. Warte mal. Siehste. Ja, jetzt können wir auch in den Shop gehen. Aber ich brauch erstmal den alten Raum. Den Schlüssel würde ich für den alten Raum aufheben. Da ist er schon. Oh, schön. Nee. Das hat sich jetzt nicht gelohnt. Wow, nein. Oh, Alter. Nein, nochmal. Puh. Das war mal haarscharf. Da eine Bombe. Und da eine Bombe. Gut. Ähm. Ähm. Tja, der ist super Geheimraum. Also der Top-Secretion kann natürlich überall sein. Schlüssel hab ich leider nicht bekommen. Ich hab noch vier Bomben. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich würd' mal sagen, hier. Nein. Oder hier. Ja. Oh, toll. Ah, cool. Okay, das hat sich doch gelohnt. So, je nachdem welcher Boss kommt, benutze ich jetzt die Karte. Mal sehen. Wenn der Boss scheiße ist, dann nehm ich die gleich. Nee, der ist gut. Den können wir, können wir die Karte noch aufheben. Ich glaub, die Karte macht, äh, den Boss, also den Gegner, Schaden, der im Raum ist. Und, äh, deckt die ganze Karte auf. Da macht, oh, scheiße. Jetzt bin, oh nein. Oder heilt die mich? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann natürlich auch sein. Hä? Wenn ich da reingehen muss. Lauter Pillen. Bei der weiß ich noch nicht, was das ist. Das hier müsste Tiers ab sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Telepilz. Ah, cool. Kostenlos im Shop. Ja, die Leiter. Ich weiß nicht. Die Leiter lohnt sich jetzt nicht wirklich, ne? Nee, komm. Ah, hoch. So. Warten wir denn noch hier rumliegen. Ah, Rainstone. Schade. Okay, weiter. Schauen wir mal, was es noch so gibt. so weit so gut okay dafür braucht zwei bomben und ein schlüssel die ich nicht haben also der nächste schlüssel geht für den item raum drauf oh nein das ist jetzt nicht so schön na toll und ich bin genau reingelaufen boah da ist der schlüssel gleich wieder zurück laufen alles ach so ne ich weiß nicht dann fliegen die so eine komischen bild hau ab katze durch nehmen ja jetzt ist scheiße ja da fliegen die so eine komische blöden kann ich den überhaupt noch steuern jetzt ja kann ich gut hau boah alter die schießen voll schnell wenn die sterben da kann ich sogar ziemlich gut steuern eigentlich geht das geht ja noch herz brauchen wir erstmal nicht ich weiß doch nicht wie ich hier weg kommen soll ja genau alter trefft mich doch dreimal so kampfraum da brauche ich keinen schlüssel für oh mein gott geht schon wieder richtig gut los die fliegen so langsam habe ich das gefühl die tränen sterb so Komm schon, sterb! So. Rolls of Steel. Auch nicht schlecht. So, da oben muss ich noch hin. Da ist ein Schlüssel, toll. Achso, ich hab ja Bomben. Was wollte ich nochmal mit den Schlüsseln machen? In den Shop gehen, ne? Ja. Shop gehen wäre nicht so schlecht. Vielleicht gibt's da ja was Geiles. Ah. Weil ich sagen muss, ich komm mit der Kerze irgendwie nicht so richtig klar. Aber die ist schon richtig cool. Aber ich kann damit nicht gut umgehen. Nein, Katze, geh runter von meinem Tisch, Mann. Also hier gibt's schon mal nix. Ich weiß jetzt nicht mehr, was diese Pille hier gemacht hat. Hab ich vergessen. Oder haben wir die überhaupt schon gehabt? Ach komm. Ach, Bauz of Steel, geil. Das ist gut. Dann können wir ja noch die Bombe hier für drei mitnehmen. Ach komm, und den Schlüssel. Ähm. Der Boss ist da an zu oben. Warte mal. Heimraum. Nicht? Dann nicht. Die eine Bombe hebe ich mir jetzt noch auf. Da liegt noch ein Herz, da komm ich nicht ran. Da liegt auch ein Herz, wo ich nicht rankomme. Dann krieg ich jetzt den Boss. Oh, fuck. Guri. Da werde ich die Karte einsetzen. War doch schon mal nice. Das ist voll scheiße, dass hier die Steine sind. Die stören mich ein bisschen. Als sehe ich auch den Geheimraum. Aua. Fuck. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Jesus Juice. Range und Tiers up. Soll ich jetzt auch zu dem Geheimraum gehen? Ach, ne. Kein Bock. So, Item up. Nice. Ah. Geld. Sack of Penny. Komm schön mit, du kleiner Sack. Ach, da ist schon Geld. Siehst du? Hat sich schon rentiert, der Ding. Das ist jetzt zwar nix, womit ich besser kämpfen kann, aber... Lol. Scheiße. Die Fliege lebt ja immer noch. Schlüssel. Oh. Ich hasse diese Wichser. Nein. Nein. Da sind ja Stacheln. Bei dem Penner weiß man nie, wo man hinschießen soll. Die wechseln immer so schnell die Richtung. Bad Gas. Oh mein Gott. Irgendwann kommen die Viecher in Ebene 1. Aber was ist denn das für ein scheiß Raum? Schon wieder. Ist ja richtig kacke aufgebaut. Ja, genau, ey. Fickt euch. Aua, Mann. Was ist denn das? Warum werde ich denn an der Hund getroffen? Ich hab das gar nicht richtig mit. Fickt dich da unten. Oh, weiter hoch. Ja, hier. Treff ich den richtig gut. Loll, bin ich behindert. Oh, ich war doch schon so gut wie durch da. Hab ich so viele Herzen verloren, aber war ich denn nicht mein Herz eingesetzt, Mann. Na gut, alles klar. Ich bin immer noch nicht besser geworden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Let's Play Binding of Isaac. Und ich sage, bis bald. Ciao.